Beide Kämpfer arbeiten mit der Agilität und der Geschwindigkeit. Durch ihre leichte Rüstung können sie sich schnell bewegen. Aber sie haben... Starte! Starte wurde gerufen, Starte das Stoppkommando. Einen Schlag... Fugnate! Ich bewundere Publikum, das so gebannt ist, dass es keine Geräusche macht. Ein schöner Angriff zum Rücken. Anschlusstreffer 1 zu 1. Fugnate! Der Stich ging in die Marika, in den Armstutz. In den der Schatten. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Fugnate! Ich glaube, den hat jeder gesehen und mindestens einer auch gespürt. Sonst eine interessante Info für die Herren in der Runde. Nach der Schau kann man bei uns das bekannteste Aphrodisiakum des Römischen Reiches erwerben. Gladiator in Schweiß. Hilft sicher! Wunderschöne Trefferkombination. Lucius will diesen Kampf nicht gegen einen Anfänger, gegen einen Tirol verlieren. Ich schätze ja so fachkundiges Publikum. Achtet mal darauf, wo die treffen. Ob das vitale Zonen sind. Oder ob vielleicht die wichtigsten Körperteile durch die Ausflussung perfekt geschützt werden. Lade! Lade!